Musik Musik Bei dieser Infrastrukturkonferenz haben wir nicht nur die Landesregierung oder die Mitglieder der Landesregierung eingeladen, sondern auch aus allen Bezirksstätten und aus allen Sparten. Hier gilt es auf der einen Seite einen Überblick der Landesregierung an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer zu geben. Was ist geplant? Und Infrastruktur schöpft sich ja nicht nur Straße, Schiene und Flughafen oder Radwege, sondern Infrastruktur ist natürlich auch Bildungsinfrastruktur, Krankenhausinfrastruktur und andere Themen. Und auf der anderen Seite der Politik auch direkt die Möglichkeit zu geben, mit Wünschen, Begehrlichkeiten, Themen, die sie sonst kaum einmal mitbekommen, in einer vernünftigen Form einer Diskussion mitzugeben, um die Sensibilität für viele Themen auch deutlich zu erhöhen und auch die langfristige Strategie zu diskutieren. Und das war dieser Rahmen heute und der war in diesen zwei Stunden sehr knackig, sehr herausfordernd, aber ich glaube auch mit einem vernünftigen Ergebnis. Sehr positiv. Es ist immer wichtig, dass die Verantwortungsträger im Land und wir waren heute vier Regierungsmitglieder präsent und die Unternehmungen, die Verantwortung in ihren Branchen tragen, zusammenkommen und auch die Bedürfnisse austauschen. Ich konnte informieren in meiner Funktion als Landeshauptmann, dass wir insgesamt in den letzten beiden Jahren zwischen 927 und 972 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen investiert haben. Dass diese Infrastruktur neben den traditionellen Bereichen der Verkehrswege, der Einrichtungen, der Pauten natürlich auch Bildungsbereiche, beispielsweise das Kinderstipendium, elementarpädagogische Einrichtungen, Schulbaufonds, tertiäre Bildungseinrichtungen betreffen, ist sehr positiv aufgenommen worden. Und wenn wir das alles subsumieren, dann bietet das Land Kärnten eigentlich für all jene, die egal ob als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Unternehmungen tätig sind, eigentlich sehr viele Voraussetzungen. Es gibt Schwachstellen, die haben wir auch aufgezeigt. Die gilt es jetzt teilweise gesetzlich so in den Voraussetzungen zu verändern, dass wir beispielsweise im Bereich Breitbandausbau endlich auch zu den Glasfaserkabelverlegungen kommen können. Hier ist Zeit und rasche Entscheidung notwendig. Diesbezüglich Gespräche mit der zuständigen Ministerin einer Kärnten sollten bald geführt werden. Natürlich vor allem in meinem Zuständigkeitsbereich als Straßen- und Brückenbaureferent des Landes Kärnten geht es natürlich um die ganz analoge Verbindung zwischen Orten und Wirtschaftsräumen, nämlich das Landesstraßennetz, wo wir jetzt das erste Mal in einem Jahrzehnt das höchste Bauvolumen umsetzen können. Was bis jetzt eigentlich möglich war, das sind 35 Millionen Euro, die wir im Rahmen eines Bestbieter-Prinzips natürlich vor allem auch an regionale Baufirmen vergeben können, was natürlich regionale Wertschöpfung bedeutet und auch Arbeitsplätze vor Ort. Und da müssen wir auch massiv zukünftig noch Wert darauf legen. Denn diese grundlegende Infrastruktur ist nicht nur für die Wirtschaft ganz entscheidend, sondern für die gesamte Kärntner Bevölkerung. Es geht darum, von A nach B zu kommen, die Gesundheitsversorgung stattfinden zu lassen, Bildung, man muss halt eben von A nach B kommen. Und deshalb auch das so entscheidend, dass wir in diesen Bereich investieren, was wir auch als Regierungskoalition machen. Natürlich gibt es noch viele weitere Bereiche auch jetzt im Rahmen des neuen Standortmarketings, wo wir ein ganzes Bundesland ausrichten. Das wollen wir jetzt auch herunterbrechen auf die Kärntner Regionen, auf die etwas peripheren Gebiete und vor allem eine Verschneidung zustande zu bringen mit dem Zentralraum, mit den etwas urbaneren Räumen bei uns in Kärnten, so dass alle Landesteile auch davon profitieren können. Die Bestätigung haben wir heute auch bekommen von allen Bezirken, von den einzelnen Sparten, dass wir wissen, wo die Probleme liegen, wo die Herausforderungen liegen und wo wir anpacken müssen. Das müssen wir vor allem gemeinsam, weil wir nach außen ein neues Bild von Kärnten auch prägen müssen. Auch mit dem Slogan, über den man natürlich vortrefflich diskutieren kann. Kärnten, it's my life. Aber wir wollen Wertschöpfung generieren, wir wollen Ansiedelungen zustande bringen und vor allem auch der demografischen Entwicklung in Kärnten entgegenwirken. Investitionen in Infrastruktur sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Auf der einen Seite können wir damit natürlich eine gewisse Konjunkturstütze bieten, die insbesondere in Zeiten international leicht eintrübender Konjunktur besonders wichtig ist. Auf der anderen Seite ist eine moderne Infrastruktur natürlich für das Image und somit für den Wirtschaftsstandort Kärnten von großer Bedeutung. Deswegen bin ich der Meinung, dass Investitionen in die Infrastruktur absolut das Gebot der Stunde für unser Bundesland sind. Ich möchte mich an erster Stelle einmal ganz herzlich bedanken für die Impulse, die wir gemeinschaftlich immer wieder setzen. Das beste Standortmarketing und der beste Slogan nützt nichts, wenn es nicht mit Leben erfüllt wird. Wenn Sie den ländlichen Raum ansprechen, dann sind wir dort sehr stark unterwegs, vor allem im Bereich der Wohnbauförderung, vor allem mit Sanierungsmaßnahmen. Wir wissen alle, im ländlichen Raum haben wir sehr großdimensionierte Gebäude, die zum Teil nicht mehr genutzt werden. Und hier greift die neue Wohnbauförderung ein mit starken Sanierungsförderungen, mit einer ganz starken Regionalität auch in der Vergabe. Da sind vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen vor Ort, die hier die Zuschläge bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls. Ein zweiter Bereich, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Hier haben wir leider rechtliche Rahmenbedingungen, die uns wirklich große Hemmschwellen auferlegen. Und da bin ich auch sehr froh über den Schilderschluss mit der Wirtschaftskammer, dass wir hier gemeinsam Initiativen starten möchten, um die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ganz Kärnten und eigentlich alle Regionen Österreichs mit den entsprechenden Anbindungen ausgestaltet werden können. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020